Echt jetzt? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Bitte, Worte! Bitte! Warum passiert das? Das Messer ist besser als Mutters. Bitte, hör auf! Wo bin ich? Ruhig! Ruhig! Hey, wo willst du hin? Wir folgen? Okay, wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Wo bin ich? Wo bin ich? Kannst du mich verstehen? Oh, hallo! Also, wo geht es hin? Oh! Verstanden. Ich hatte einen wilden Traum und bin gerade hier aufgewacht. Ist das Eisenwald? Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe mich hierher geträumt? Ich meine, das muss ich wohl. Ich bin hier. Geruch? Welcher Geruch? Oh! Das ist wohl Fenrir, den du riechst. Schade, dass er nicht hier ist. Ha! Du bist nicht allein, was? Was ist das für ein Duft? Die Luft hier ist... ...keine Ahnung... ...süßer? Liegt es an den Bäumen? Oh! Komme! Tut mir leid. Ah! 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 Ihr wollt mich nicht fressen? Oh! Das ist ein Witz, ja? So einen Wald habe ich noch nie gesehen.